Willkommen zur Kritik zur Real-Life-Action-Version von Beauty and the Beast. Ich möchte Leuten eine kleine Hausaufgabe an die Hand geben mit dieser Kritik. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich euch alle entlasse und ihr schreibt es dann still auf ein Blatt Papier, was ihr jetzt gelernt habt in diesem Video. Nein, es ist nur ein bisschen was zum Nachdenken für daheim, denn ich weiß ganz genau, wie diese Kritik laufen wird. Ich werde sagen, dass ich den Original Beauty and the Beast hasse, dass ich finde, dass es ein ziemlich mistiger Film ist und verschiedenste Sachen werden passieren. Leute werden sich persönlich angesprochen fühlen, ein Thema, das wir gleich aufgreifen werden, über das ich kurz mal reden möchte und mich bei bösen, bösen Namen nennen. Und andere Leute werden mir seitenweise Essays schreiben, warum der Original Beauty and the Beast die geilste Idee ist, seit jemand ein Toastbrot in den Toaster geschoben hat. Diese und viele weitere Dinge werden passieren. Reden wir drüber. Reden wir drüber. Denn genau das wird passieren. Und genau so werde ich sagen, ja, ich hasse den Original Beauty and the Beast. Ich finde, es ist ein schlechter Film aufgrund von vielen, vielen Punkten, die ich in extremer Länge vermutlich noch besprechen werde in dieser Kritik. Ähm, warum macht es Leute so zornig? Ich sage nicht, dass, oh, Leute sind irgendwie blöd, weil sie Beauty and the Beast gut finden. Warum fühlen sich Leute persönlich angesprochen? Warum gibt es so ein paar geheiligte Kühe da draußen, zu denen nicht jede Form von Fandom zählt? Äh, ich würde jetzt sagen, wenn man Star Trek oder Star Wars durch den Dreck zieht, zieht es nicht so ein dermaßenes Echo nach sich. Aber, Beauty and the Beast, Ghostbusters, Back to the Future, Indiana Jones, Nintendo. Warum ausgerechnet die? Weil ich finde, sie haben alle irgendwo ein bisschen was gemeinsam. Und, ähm, abgesehen davon, dass ich es erklären werde, bitte ich Leute um Nachsicht. Ein bisschen um Nachsicht mit mir alten Knacker, äh, der die Welt schon nicht mehr so ganz kapiert. Ähm, wenn ich sage, hey, ich finde Beauty and the Beast war damals ein ziemlicher Haufen Mist. Ähm, denn ich habe es noch nie kapiert. Und genau deswegen fühlen sich Leute mir unverständlicherweise bis zu einem gewissen Grad persönlich angesprochen, weil ich habe das noch nie kapiert, wenn Leute ihre eigene Identität dadurch definieren, was für Medien anderer Leute sie konsumieren. Ich habe das noch nie kapiert, ich werde das nie kapieren. Wenn Leute sagen, ich bin jetzt was Besseres, dadurch, dass ich Metal höre und der Typ Hip-Hop. Ich habe das nie kapiert, ich werde das nie kapieren. Und was ich ebenso nicht, äh, durch diese Selbstidentifizierung jemals verstehen werde, ist, wie eng Leute in ihrer Kindheit konsumierte Medien mit dem Glück verbinden, das sie damals in ihrer Kindheit hatten, wie spaßig damals alles war. Äh, ich werde das nie kapieren. Es ist ein Konzept, es ist mir geläufig. Und das ist der Grund, warum sich Leute persönlich angesprochen fühlen. Denn wenn ich sage, hey, ich finde der Film ist ein Haufen Scheiße, dann deklassifiziere ich das, was Leute an Freude empfinden, als sie damals diesen Film gesehen haben. Den vermute ich mal, die meisten Leute auch schon seit mehr als einer Dekade nicht mehr gesehen haben, diesen Film, was ich ihnen immer empfehlen, was ich Leuten immer empfehlen würde. Schaut euch das Zeug nochmal an, ähm, um dann festzustellen, was hier ein perfektes Beispiel ist, ob das Ganze noch hält. Denn, der interessante Faktor, äh, da möchte ich auf das Edgar Wright Gate eingehen, das ich als losgetreten habe in meiner letzten kommenden Filme, äh, für Leute, die das nicht mitbekommen haben, ähm, äh, ich habe gesagt, hey, ich bin nicht ein wirklicher Edgar Wright Fan. Vor vier bis fünf Jahren habe ich gesagt, ich bin einer. Hey, Meinungen ändern sich. Könntest du es glauben? Könntest du es glauben, dass wenn man nach Jahren einen Film, den man mal gut fand, nachdem man hunderte weitere Filme gesehen hat, seinen Horizont in diesem Thema erweitert hat, dass man dann vielleicht nicht mehr gut findet? Könntest du es glauben? Es war natürlich dumm von mir, dass ich in der Ant-Man-Kritik anscheinend noch gesagt habe, ich bin Edgar Wright Fan, damit ich eben Leute nicht auf den Schliff steige. Ja, deswegen habe ich dieses, dieses Vorgehen abgeschafft. Ich sage es so, wie es ist und meine Aussage ist eben, ja, ich finde Beauty and the Beast, aus Gründen, die ich gleich nennen werde, ist kein guter Film. Und interessanterweise, äh, diese Real-Life-Action-Version, die den Film, äh, größtenteils kopiert, fast eins zu eins übernimmt, ist in den Augen der meisten Leute, entweder Zuschauer oder auch Kritiker, nicht wirklich gut. Ja, guess what? Wenn ihr wirklich zurückkehrt, diese Kindheitserinnerungen ausschaltet, und euch die Originalfassung nochmal anschaut, dann werdet ihr feststellen, ja, der ist auch nicht mehr so gut. Und das gehört halt einfach dazu. Ähm, das ist meine Aussage, ähm, und die Leute, die den Film dann trotz alledem immer noch besser und immer noch überlegen finden, vollkommen okay. Hey, in meinen Augen ist nur wichtig, was ihr draus macht. In meinen Augen ist nur wichtig, ähm, was bringen euch diese Filme? Wie bringen euch diese Filme weiter? Ähm, wie geben euch diese Filme Inspiration und eigene Kreativität? Das ist eigentlich alles, was am Ende zählt, und selbst wenn die beschissensten Filme, oder auch in meinen Augen beschissensten Filme, äh, euch noch irgendwie Inspiration geben, dann ist dagegen nix zu sagen. Abgesehen von den scheiß Transformers-Filmen, aber, ähm, das ist so ein Kapitel für sich. Ähm, so Filme, die mich persönlich beleidigen, ähm, was jetzt bei Beauty and the Beast nicht der Fall ist. Warum hasse ich Beauty and the Beast? Ähm, und das ist natürlich, äh, übernehmbar an dieser Stelle, ähm, für jetzt auch die Real-Life-Action-Version. Ähm, nicht, dass ich die Real-Life-Action-Version hassen würde, ich sag, ich sag nur nix zu Real-Life-Action-Version. Die Kritik, die ich jetzt am animierten Film äußere, gilt bis zu einem gewissen Grad, ähm, direkt übernehmbar auch für die Real-Life-Action-Version. Mein Problem ist schon mal, ähm, ich find's ganz persönlich eine Frechheit, ähm, wenn Leute tatsächlich, ähm, Beauty and the Beast in einem Atemzug nennen, mit Filmen wie König der Löwen, der Glöckner von Notre-Dame, Ariel, Aladdin, weißt, die ganzen Disney-Renaissance-Filme, die wirklich, 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 wirklich toll sind, ähm, die Disney wirklich vorangebracht haben, vollkommen zu Recht, und die vollkommen zu Recht animierte Filme waren. Beauty and the Beast ist das Jin-Row-Syndrom, wie ich's gerne nennen. Äh, Jin-Row ist ein Film vom, äh, Macher, der auch, äh, ich glaub, die beiden Ghost-in-Version-Filme zu verantworten hat. Es ist auch ein Film, der wahrscheinlich billiger gewesen wäre, wenn man in Real-Life-Action gedreht hätte. Ähm, wirklich Filme, die so auf, auf Pseudorealismus aus sind, äh, die man auch durch Sets und Masken hätte erzeugen können, gegen was sich dieser Film leider auch erneut entschieden hat, das Beast vielleicht einfach eine, eine Practical-Effect-Maske zu geben, ähm, Make-up, äh, zu verwenden. Nein, es ist CGI, ähm, das saugt, aber nun gut, ich kann's irgendwo nachvollziehen. Aber Beauty and the Beast, abgesehen von den animierten Möblierungen, die man auch einfach hätte rauscutten können, auch, aber Disney braucht halt sein Comic-Relief. Ähm, absolut keine Daseinsberechtigung als animierter Film. Absolut keine. Es gibt keine irgendwie, weißt du, wie Ariel, Beispiel, König der Löwen. Wow, animierte Tiere. Okay, krass. Ähm, das ist nicht Real-Life-Action machbar, zumindest nicht in der damaligen Zeit. Ariel, alles unter Wasser, versuch das mal, Real-Life-Action, total gaga. Ähm, Aladdin, so viel Action, so viel Bewegung, so viele Effekte kannst du auch nicht Real-Life-Action machen. Ähm, alles Filme, die ihre Berechtigung haben. Beauty and the Beast, wie dieser Film gezeigt hat, durchaus machbar, mit relativ wenig Special-Effects, also das Beast ausgenommen und die blöden Möblierungen ausgenommen. Ähm, viele große, schöne Practical-Sets, die gut aussehen, wo man auch schön, ähm, große Musical-Szenen drehen kann, die viel, die viel gut durchchoreografierte Dynamik haben können. Ist anscheinend alles machbar, wie die Real-Life-Action-Version, äh, bewiesen hat. So viel möchte ich auf jeden Fall schon mal, ähm, zum Film sagen. Das ist einer der großen Problempunkte für mich mit Beauty and the Beast gewesen. Äh, falsche Medium. Die Story, abgesehen davon, dass sie nicht als Film funktioniert, hat sich das falsche Medium ausgesucht. Oder Disney, oder besser gesagt, Disney hat das falsche Medium für dieses Märchen ausgesucht. Und die andere Problematik ist einfach, ähm, das mag jetzt so, ich meine, man kann allgemein natürlich drüber streiten, das ist natürlich klar, aber ich würde sagen, ungeübten Augen fällt das vielleicht nicht so auf, deswegen erkläre ich jetzt Leuten mal so ein bisschen, wie baut man einen Film auf und wie führt man einen Protagonisten ein und wie sucht man sich die Figur aus, der man folgt im Verlauf des Films. Okay, der Film beginnt mit, wir haben diesen Prinzen und der ist ein ziemlicher Arsch. Und es kommt diese Zaubererin zu ihm, um ihm, sozusagen, um ihn zu prüfen, um ihn zu prüfen, ob nicht doch noch irgendwo was Gutes in ihm ist. Sie stellt fest, nein, und sagt sich, ich glaube, diese Line wird sogar im Original direkt geäußert, sein Äußeres soll seinem Inneren gerecht werden. Und, ähm, dementsprechend, es soll sein Inneres widerspiegeln. Und dann wird er zum Biest gemacht. Und ich denke mir, das ist praktisch eine komplett beendete Arc. Ähm, was hat das zu Beginn des Filmes zu suchen? Das ist normalerweise so ein Bookend, um eine Moral am Ende klarzumachen. Äh, wieso ist das die Einleitung? Das ist komplett in sich abgeschlossen. Ähm, diese Figur war scheiße und hat ihre gerechte Strafe bekommen. Das ist, das ist eine komplett gesponnene Arc. What? Aber okay, sofort bemerkt der Film, als Adaption des Märchens, von dem ich ausgehe, dass es diese Story alles in allem in seinem Medium besser aufbereitet hat. Merken sie sofort, oh ja, whoopsie daisy. Äh, was ist die Story jetzt eigentlich nochmal, in der wir dann auch wirklich einen eineinhalb- bis zweistündigen Film erzählen können? Oh, wir müssen jetzt diese Story dazu dichten. Mit, oh, er hat aber die Möglichkeit. Er hat aber, er hat aber die Möglichkeit, ja, sich jetzt, ähm, zu verbessern und eventuell wieder ein Mensch zu werden. Was komplett die eigentliche Message untergräbt, denn es geht ja nicht darum, ob er wieder ein Mensch wird oder nicht. Es geht ja um die innere Schönheit. Oh, aber dadurch, dass er dann am Ende wieder die Möglichkeit bekommt, zurückverwandelt zu werden, oh, geht's doch um die äußere Schönheit, weil das ist das eigentlich Wichtige, dass er wieder zurückverwandelt wird. What? Die, allein an diesem Punkt, bricht jegliches Gefüge an, so diese moralischen Endpunkte angesteuert werden soll, komplett auseinander. Aber nun, gut, okay. Ähm, wir nehmen das jetzt mal hin. Das ist die Quest. Das ist die Quest für unseren Protagonisten. Warum das jetzt so designt werden musste, dass, oh, dieser Charakter war ein Arsch und, na gut, okay, ist es so ein bisschen jetzt die Doctor Strange Story, okay, ist in Ordnung, ich nehme das hin. Das ist jetzt seine Quest, er muss diese Aufgabe erledigen. Wieso ist er dann nicht der Hauptcharakter des Films? Oh, Belle ist jetzt unsere Protagonistin und ihre Quest ist, sie muss ihren Vater retten. Oh, nee, sie rettet ihn ja dann. Und, und dann muss sie aus dem Schloss entkommen, oh, sie will dann nicht mehr aus dem Schloss entkommen. Äh, äh, oh, sie muss sich ins Biest verlieben? Was für eine Liebestory total krank ist, wohlgemerkt? Das ist so als, oh, 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 es muss klappen. Ähm, äh, was schon, was so richtig in so total abgefuckte Christmas Cake Gefilde, ähm, driftet. Wenn Leute nicht wissen, was, äh, Christmas Cake ist, eine, ein, wie soll ich sagen, ein, ein so japanisch-sozialer Manierismus, der sich eingebürgert hat, Googles Christmas Cake, es ist echt abgefuckte Scheiße. Ähm, und, ähm, wie gesagt, abgesehen von diesem Faktor her, haben wir eine Protagonistin, die keine Arc hat, sie lernt nicht wirklich was dazu, sie verändert sich nicht wirklich, aber sie lernt das Biest besser kennen. Es gibt keine Hürden, die sie zu überkommen hat. Es gibt nichts, was sie dazu lernt, was ihren Charakter ändern würde. Keine schwierige Entscheidung, die sie treffen muss. Weißt du, alles, was zur, was, alles, was zum Character-Building dazugehört? Also sie verbringt Zeit mit dem Biest. Und, und das Biest muss sich ändern, und das Biest muss Hürden überkommen, aber er ist nicht unser Protagonist. Fucking what? Das ist die grauenhafteste, das grauenhafteste Screenplay, das ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gesehen habe. Es ist der Wahnsinn, wie komplett verquer dieses Märchen und Filme mache. Nicht miteinander konkurrieren. Es ist total crazy. Und es ist, es ist furchtbar. Es ist furchtbar zum Anschauen, wie, wie dieses Märchen missbraucht wird für ein Medium, das nicht geeignet ist, es zu erzählen. Und insofern, das sind meine Gründe. Das sind meine Gründe, warum es nicht funktioniert. Diese drei Punkte. Es ist animiert, ohne eine Rechtfertigung zu bekommen, dass es ein animierter Film ist. Die Liebesstory ist total abgefuckter Twilight-Scheiß. Ein Bogen, den ich gleich noch spannen werde. Dritter Punkt. Die Narration ist eine Katastrophe für einen Film. Und insofern, was hat jetzt die Real-Love-Action-Version zu bieten von Beauty and the Beast? In meinen Augen tatsächlich mehr. In meinen Augen haben sie sich tatsächlich bis zu einem gewissen Grad Gedanken darüber gemacht, wie können wir das verbessern. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wo auch dieser Film scheitert, komme ich dann am Ende drauf. Wie gesagt, einer der wichtigsten Aspekte. Gute Regie. Gute Choreografie. Nette visuelle Ideen. Nette Practical Sets. Schön zum Anschauen. Lustig zu sehen, wie sich die Figuren darin bewegen. Wie gesagt, wie jeder irgendwie sowas im Hintergrund zu tun hat. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall ein Pluspunkt gegenüber dem Original. Weiterer Pluspunkt. Gaston. Der absolute, absolute Schaustiler in diesem gesamten Film. Es ist fast schade, dass sie ihn am Ende zum Antagonisten machen müssen. Weil ich finde, man hätte was anderes mitmachen können. Man hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, um vielleicht den Charakter in einer anderen, weißt du, überhaupt was anderes aus der Story zu machen. Wo man nicht die Eier hatte, es auch durchzuziehen. Es ist das Original Beauty and the Beast immer noch im Kern. Aber, was diesem Film tatsächlich so weit hilft, dass ich ihm tatsächlich eine 5 von 10 Punkten doch noch gebe. Es ist ein anschaubarer Film. Es ist ein durchschnittlicher Film. Entgegen, wie gesagt, dem Original Beauty and the Beast dem ich jetzt glaube ich eine 3 von 10 Punkten oder so reindrücken würde, ohne mit der Wimper zu zucken. Es ist gut, dass dieser Film länger dauert. Und daran scheitern so ein bisschen all diese Disney-Filme. Dass die nur so 85 Minuten dauern. Dieser Film nutzt tatsächlich die Möglichkeit, um die Beziehung besser verständlich zu machen und besser auszubauen und besser klar zu machen. Wo haben Belle und das Beast doch irgendwo Gemeinsamkeiten? Wo wirkt es doch irgendwo realistisch, dass sich diese Figuren irgendwo näher kommen? Das war ordentlich. Das war alles, alles ordentlich. Hier ist, wo es die immer, immer wieder gleiche Twilight-Scheiße ist. Wohlgemerkt. Und das erneut konkurriert auch direkt mit dem Punkt, den ich von Beginn an schon genannt habe. Aber am Ende wird er wieder zum Prinz. Und alles wird erneut wieder auf diese artifizielle Ebene runtergefahren. Aber wir wollen ja auch Belle schon lieber, wenn sie ihren sexy Prinzen am Ende hat. Und erinnern sich Leute an Schreck, den ich wohlgemerkt auch nicht gut finde. Aber Schreck hatte damals so einen Geistesblitz, den ich sehr zu schätzen wusste, dass Fiona sich nicht wieder in die sexy Prinzess verwandelt, sondern sie haben sich auf emotionaler Ebene kennengelernt und lieben gelernt. Und jetzt bleibt es so. Und es ist okay, dass sie jetzt auch ein Ogre ist. Es ist nicht wichtig. Das, was die Figuren gefunden haben, ist wichtiger. Und in diesem Film wird es auch am Ende komplett aus dem Fenster geschmissen, weil wir haben jetzt wieder unseren sexy Prinzen. Weißt du, was geil gewesen wäre, wenn Belle... Na gut, dann hätten wir Schreck gehabt. Gut, okay. Aber weißt du, was auch okay gewesen wäre, wenn das Biest einfach das Biest geblieben wäre. Ich hätte gedacht, der Film würde das bringen. Er hat das nicht gebracht. Sucks. Fucking sucks. Das kann ich da nur sagen. Das war eine absolute Fehlentscheidung des Films. Noch viel schlimmer wiegt aber für mich, dass dieser Film, genauso wie diese Twilight-Gritze, sich nicht entscheiden kann, was er will. Oh, Belle ist eine Ausgestoßene. Oh, auf Belle wird heruntergeblickt von den anderen Leuten. Sie ist eine Außenseiterin. Oh, aber gleichzeitig ist sie diese mysteriöse, sexy Schönheit. Ja, was jetzt, Film? Was jetzt? Ist sie jetzt dieses Model, hinter dem doch alle irgendwo herlächzen? Oder ist sie doch... Ist sie doch die... gepierste, pottrauchende... Mettlerin, die sich ein Pentagramm auf dem Busen tätowiert hat, mit der keiner was anzufangen weiß. Entscheidet's euch! Diese Flipflopperei hin und her ist so ein Bullshit. Und der Film dreht sich das an jeder Ecke so hin, wie er's gerade braucht. Oh, jetzt kommen Belle und das Biest zusammen, weil sie sind beide irgendwo Außenseiter, aber lieben Bücher. Aber, oh, irgendwo hat das Biest dann doch... Dann die Vorstellung, dass es doch nix werden könnte, weil, oh, sie ist so eine Schönheit und ich bin wie's... Was jetzt? Was ist es jetzt? Entweder diese Figuren finden gemeinsam zusammen in ihrem Außenseitertum optisch, emotional, sozial gebunden. Es ist zum Kotzen. Und insofern geb ich dem 5 von 10 Punkten. Er hat wesentlich elementare Punkte besser gemacht als das Original. Aber der Bullshit bleibt. Ich geb dem 5 von 10 Punkten. Mehr ist einfach nicht drin. Ich hoffe, dass Leute trotzdem Fun haben. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest zwei weitere thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen. Dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.